So, ihr wisst ja, neuer Tag, neuer Shop, aber natürlich auch neuer Stream. Ihr seht schon wahrscheinlich, einen Skin könnten wir heute verlosen und zwar den Kristall. Also wenn wir den Zuschauerrekord heute knacken sollten, könnte der definitiv verlost werden, weil ihr wisst ja, sobald ich einen Zuschauerrekord knacke, beziehungsweise wir zusammen, geht wieder ein 800 V-Buckskin an euch raus oder Luftgitarre oder Emote oder die zwei Emote zusammen dann. Also, wenn ihr Bock habt, kommt gerne vorbei, wie gesagt, einfach nur ein Follow da lassen, hoffen, dass ihr entweder ein Sub geschenkt bekommt oder aber selbst Sub werden, weil es nur ein kleines Dankeschön an die, die halt wirklich aktiv sind, beziehungsweise mich natürlich auch finanziell unterstützen, da will ich halt irgendwo ein bisschen was zurückgeben. Und ja, im Shop, was gibt es Besonderes? Eigentlich nicht wirklich was, finde ich. Klar, der Rabe ist drin, mit seiner Dame zusammen, die Raufboldin ist wieder drin, auch ein UG-Skin. Dann die Luftgitarre, aber hier sieht es natürlich nice aus. Piorate, der unendliche Depp ist drin, dann der Reisende, gut, der Skin an sich ist nice, aber drücken, das ist zwar, geht gar nicht. So, dann der Rabe, wie gesagt, die Dame, Pronto ist wieder drin. Aber dann würde ich sagen, erstmal bis gleich auf Twitch. Ich setze mich direkt hin, mache gerade Soundmail fertig und dann bin ich auch direkt schon online. Also in dem Sinne, bis gleich. Wie gesagt, Link ist in der Videobeschreibung. Wenn ihr zum Streamen wollt, in der Videobeschreibung. Also in dem Sinne, bis gleich. Bis zum nächsten Mal.